Bia ist eine Stadt in der portugiesischen Region Alentejo. Das Stadtgebiet umfasst die vier Gemeinden Salvador, Santa Maria da Feira, Santiago Maia und Sao Joao Baptista, mit denen Bia zusammen 23.500 Einwohner hat. Eine eigene Gemeinde mit dem Namen Bia gibt es nicht. Die Wurzeln der Stadt reichen bis in keltiberische Zeit zurück. Die ältesten Relikte stammen aus römischer Zeit. Aus westgotischer Zeit stammt eine der beiden Kirchen des Frühmittelalters in Portugal. Anfang des 8. Jahrhunderts wurde die Stadt muslimisch und blieb dies mit einer Unterbrechung von 1162 bis 1167 bis 1228. Sie brachte sowohl in muslimischer als auch in christlicher Zeit bedeutende Dichter und Humanisten hervor. Geschichte Wahrscheinlich wurde Bia im 5. Jahrhundert v. chr. von Kelten gegründet, doch die ersten Erwähnungen erfolgten erst im 2. Jahrhundert v. chr. durch Polybius und Ptolemius. Die Römer nannten die Stadt Pax Julia, verbanden sie über eine Straße und sie erhielt eine der unter Augustus geschaffenen vier Kanzleien Lusitaniens. Um 411 erschienen Alanen, Syben und Vandalen auf dem Gebiet Portugals. Die Region um Bia wurde zunächst von Alanen besetzt, dann von Syben. Alanen und Vandalen verließen die iberische Halbinsel jedoch bereits 428, um Nordafrika zu erobern. Ihnen folgten um 430 die Syben, die um 440 Bia eroberten. Die Westgoten besetzten 473 Sevilla und dürften bald auch Bia erobert haben. Die Süden zogen sich in den Nordwesten der eberischen Halbinsel zurück. Bia wurde erstmals zum Sitz eines Bistums. Die Stadt erhielt den Namen Paka, die als Mauren bezeichneten Araber und Berber unter Führung der Umayyaden, die zwischen 661 und 750 Dekasekunden arabische Großreich führten. Und die Anfang des 8. Jahrhunderts die Region eroberten Umgaben die Stadt mit einer neuen Mauer. Die muslimische Herrschaft hielt sich bis 1162 unter wechselnden Herren. Dabei spielten nach den Umayyaden die Abadiden von Sevilla eine herausragende Rolle. In dieser Zeit erhielt die Stadt den Namen Bia. Sie wurde zum Geburtsort Aymutemitz, der nicht nur Herr der Stadt war, sondern zu einem der bedeutendsten Dichter wurde. 756 floh einer der Umayyaden vor den Abbasiden, die ab 750 Dekasekunden arabische Weltreich beherrschten und Damaskus zu ihrer Hauptstadt machten, nach Westen und gründete ein Reich auf der eberischen Halbinsel. Bis 760 gelang es Abed Aramani, das dortige muslimische Gebiet zu erobern. Die von ihm gegründete Dynastie herrschte bis 929 zunächst als Emiere, dann als Kalifen. Nach dem Sturz des Kalifats von Cordoba im Jahr 1031 entstanden zahlreiche Teilherrschaften, die Taifa Königreiche. Bia unterstand zunächst den Aftesaiten, bis es an das Königreich Sevilla fiel. 1162 bis 1167 gelang es christlichen Einheiten unter deren Führern sich vor allem Chiraldo ohne Furcht hervortat, erstmals. Eine größere Offensive durchzusetzen und einer der Anführer, Fernando Gong Calvis aus Santarem, eroberte Bia 1162 kurzzeitig. Mit der Rückeroberung durch die Almohaden wurde Bia wieder Bestandteil eines Großreichs mit Kontakten zu Nordafrika. Diese Periode dominierten Herrscher wie Ibn Almonte, Ibn Kasi und der letzte maurische König, den die Portugiesen Abendafan nannten. Sie waren mit den Almohaden zurückgekehrt. Ibn Vazir aus Silvis beherrschte einige Jahre lang bis 1157 neben Bia auch Evora. Ab 1228 begann Paiu Peres Correa im Auftrag des portugiesischen Königs mit der endgültigen Eroberung der Algarve 1235 fiel Bia. Auch in der christlichen Epoche brachte die stadtbedeutende Dichter hervor wie Diogo de Gouveia, den Lehrer von Francisco de Xavier und Ratgeber König João III. Dann den Humanisten und Rektor der Universität Paris André de Gouveia, der zudem das Real Collegio das Artes e Humanidades in Coimbra gründete. Aus dieser Familie stammte auch der Humanist Antonio de Gouveia. 1250 bis 1267 stritten Portugal und Kastilien um die Algarve, doch einigten sie sich unter Vermittlung des Papstes auf einen Vertrag. Kastilien verzichtete endgültig 1267 auf seine Rechte an der Algarve. 1517 erhielt Beaia die Stadtrechte. 1770 wurde es durch Papst Clemens XIV. erneut zum Sitz eines eigenen Bistums erhoben, nachdem es zuvor zum Erzbistum Evora gehört hatte. Zwischen Mitte der 1960er und Anfang der 1990er gab es hier im Zusammenhang mit der Nutzung des Nahen Militärflugplatzes durch die Luftwaffe eine deutsche Kolonie. Sehenswürdigkeiten, Pelorino von Bia anlässlich der Verleihung des Stadtrechts 1517 aufgestellt, die Röm, Staumauer Muro da Prega, die Röm, Villa von Pisus, das Kloster San Francisco, die Kirche Igrea da Misericordia. Sie war ursprünglich eine Markthalle, deren Laubengänge heute vor dem Gotteshaus noch erhalten sind. Die Kirche Igrea de Santa Maria, die möglicherweise bereits zur Zeit der Westgoten gegründet wurde und während der maurischen Zeit zu einer Moschee umgestaltet wurde. Nach der Rückeroberung Bias 1162 wurde sie in eine Kirche umgebaut. Der Dom, Regionalmuseum Nucleo Visigotico in der ehemaligen Kirche Santo Amaro, die im 5. Jahrhundert zur Zeit der Westgoten erbaut wurde und eine der vier ältesten Kirchen Portugals ist. Im Ort römische Ruinen an verschiedenen Stellen, unweit der Burg ist am Lago Doktor, Lima Falairo ein Bogen der römischen Stadtmauer erhalten, ebenso im Osten der Altstadt in der Travissafunda. Im Süden der Altstadt steht am ehemaligen Stadttor Porta de Mertola ein auffallend hohes Stück der römischen Stadtmauer. Verwaltung Bia ist Hauptstadt des Distrikt Bias und Verwaltungssitz eines Kreises. Die Nachbarkreise sind Kuba, Videgira, Serpa, Mertola, Castro, Verde, Aljustril sowie Ferrado, Alentejo. Mit der Gebietsreform im September 2013 wurden mehrere Gemeinden zu neun Gemeinden zusammengefasst, so dass sich die Zahl der Gemeinden von zuvor 18 auf neun verringerte. Die folgenden Gemeinden liegen im Kreis Bia, Bevölkerungsentwicklung, Kommunaler Feiertag, Christi Himmelfahrt, Städtepartnerschaften, Tunesien, Tunesien, Bia, Verkehr, Bia liegt an der Eisenbahnstrecke Linne d'Aulentejo. Die Stadt ist in das landesweite Busnetz der Rede Expressors eingebunden. Die Autobahn A26 soll bis Bia weitergebaut werden. Bisher ist Bia nicht direkt an das Autobahnnetz des Landes angeschlossen. Die IP2 führt 53 Kilometer südlich zur A2. Auch die IP8, hier auch Nationalstraße N260, verbindet Bia mit der A2 an der ebenfalls 53 Kilometer westlich gelegenen Anschlussstellnummer und mit der etwa 65 Kilometer östlich gelegenen Grenze zu Spanien. Der Flughafen Bia auf dem Gelände des Militärflugplatzes wird seit seiner Eröffnung 2011 für Privatflugzeuge und touristische Charterflüge genutzt. Die Erwartungen konnten nicht erfüllt werden, da bisher keine Fluggesellschaft den Flughafen in ihr Streckennetz aufgenommen hat. Jedoch wird mit Anschluss an die Autobahn A26 und dem Abschluss von Verträgen UR, mit Fracht- und Billigfluglinien eine Steigerung der Auslastung ab 2017 von den Verantwortlichen erwartet. Söhne und Töchter der Stadt Söhne und Historiker Carlos Zeferino Pinto Coelho, Jurist und Politiker, Miguelist Thomas Antonio Garcia Rosado, Militär, 1918 Kommandeur des portugiesischen Expeditions Corps im Ersten Weltkrieg Antonio Maria Baptista, Ministerpräsident von Portugal Mario Bayrau, Schriftsteller, Salazar-Anhänger, Texter der Hymne der Jugendorganisation des Regimes der MoCidade Portugiesse, Katharina Eufemia, erschossene Landarbeiterin, Symbol des Widerstands gegen die Estado-Novo-Diktatur, Toni Che, Sängerin Linda D. Suse, Sängerin in Frankreich Fernando Mamede, Rekord-Langstreckenläufer Graca Cavaglio, Ingenieurin und Ministerin Castel De Gallego, Schauspielerin Antonio Machocorosa, Hochschullehrer und Kommunikationstheoretiker Jose Antonio Falcao, Hochschullehrer, Historiker und Museologe Petro Kaxenja, erfolgreicher Fußballtrainer insbesondere in Mexiko Carlos Moidas, Bauingenieur, Ökonom und Politiker Anna K.B.N.H., Olympische Leichtathletin Anna Julia Kapfelsperger, deutsche Schauspielerin Thiago Taguino, Fußballspieler Isaac Alfayet, Model und Schauspieler Joao Miguel Coimbra Aurelio, Fußballspieler Mariana Alcoforado Jose Agostinho de Meizdo Carlos Zeferino Pinto Coelho Thomas Antonio Garcia Rosado Antonio Maria Baptista Büste Mario Bayraus Tonitsche